Hier in Werder, der Blütenstadt an der Hafen, liegt unser idyllischer Hafen. Südlich von Berlin und Potsdam, inmitten des größten Binnen- und Wassersportreviers, besteht eine direkte Anbindung an die Nord- und Ostsee. Umgeben von bekannten Naherholungsgebieten, verschiedenen Seen, der Kulturhauptstadt Potsdam und dem Knotenpunkt der Autobahn A10, A2 und A9 ist eine des gleichen suchenden Infrastruktur vorhanden. Neben mehreren Auslieferungsstützpunkten verteilt in ganz Europa, ist Aquamarine der erfolgreichste Janot, Prestige und Marix-Händler in Deutschland. Das Portfolio umfasst den Verkauf von Neu- und Gebrauchtschiffen. Sowohl Segelboote und Yachten als auch Motorboote und Yachten in den Größen von 4 bis 23 Metern werden angeboten. Seit Begründung im Jahre 2000 entstand nicht nur ein Name, sondern eine stetige Erfolgsgeschichte des Yachthandels. Mehrmals als Dealer of Seyer ausgezeichnet gilt die Firma als Vorzeigehändler der Marke Janot & Prestige. Ein Kunde kauft nicht nur ein Boot, er kauft auch einen zuverlässigen langjährigen Partner, so die Devise der Firma. Neben dem europaweit bekannten Yachthandel wird, verteilt auf mehrere Hallen, ein kompletter Service für den Bootseichner angeboten. Eine Meisterwerkstatt mit hochqualifizierten Mitarbeitern steht für alle Arten von Instandsetzungen, Wartungen, Motorenservice und Sondereinbauen zur Verfügung. Das Know-how ist deutschlandweit bekannt und kann alle Marken und Hersteller annehmen. Die großen und modernen Bootshallen prägen den ersten Eindruck des westlichen Betriebsgeländes. In den Wintermonaten stehen diese den Bootseichnern zur Lagerung der Schiffe zur Verfügung. Vor der 25 Tonnen Krananlage erstreckt sich die zugehörige firmeneigene Fünf-Sterne-Mariner in die Havelauen hinein. Mit mehr als 160 Liegeplätzen ist sie die modernste Anlage in Berlin und Brandenburg. Mehrfach ausgezeichnet bietet sie den Eichnern höchsten Komfort und ist ein beliebtes Anlaufziel. Eingebettet in eine neu gebaute Promenadenfront mit Restaurants und Geschäften können Landgänger eine Erholung und ein Unterhaltungsangebot finden. Wassersport soll Spaß machen. Dies ist der Slogan, den der Bootseichner hier findet. Ein unkompliziertes Around-Paket. Wir sind Ihr Ansprechpartner vom Bootskauf bis zum Winterlager. Wir helfen in jeder Situation und sind stolz auf eine gemeinsame Partnerschaft mit unseren Kunden. Meine4a-Jarpen, die Karri Madame Krananlage ist ein besonderes Schiffe. Dies eigentlich ist der WörterOT-Bootskaufs, in der Walmart-Uzzo.